Hi, ich bin Adrian von Animal Trainer. Momentan bin ich hier gerade in Südafrika, in Kapstadt. Ich habe hier letzte Woche zwei Gigs gespielt. Werde dann heute Abend in ein Flugzeug steigen, um morgen in Zürich im Hive zu spielen. Und dann geht es genau nur noch eine Woche, bis wir uns sehen in Mönchengladbach bei den Kunstgeschwistern am 3. März. Ich freue mich drauf.